Moin und herzlich willkommen beim Makler und Vermittler Podcast. Hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how von Kollegen und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Du erfährst alles über die neuesten Trends auf dem Weg ins digitale Büro, bekommst regelmäßig vertriebliche Impulse und bleibst über die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Alltags informiert. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Willkommen zu der Nikolaus-Folge des Makler und Vermittler Podcasts mit dem Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe. Das ist meine Wenigkeit und heute am 6.12.2020 gibt es wieder was auf die Ohren. Bevor wir starten, möchte ich zwei Bewertungen vorlesen, die wir bekommen haben. Ganz herzlichen Dank einmal an Sigo77931844. Ihr habt immer Namen, Mensch. Der schreibt oder sie, ich weiß es nicht, neuer Input, neue Ideen. Ich bin erst vor ein paar Tagen auf den Podcast gestoßen und konnte dennoch schon gute Ideen und Anregungen aufschnappen. Weiter so, Smiley. Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter so machen, bis du dann bei allen Folgen mal durch bist. Da wünsche ich dir noch viel Spaß bei. Und bis dahin gibt es dann auch wieder neuen Content. Und Runde Busch schrieb, Genuss fürs Ohr. Ich muss gestehen, ich bin immer wieder begeistert. Nikos Podcast ist ein Paradebeispiel für ein zukunftsweisendes Miteinander. So ein Engagement tut der Vermittlerwelt gut. Danke für den Hörgenuss. Ja, danke für die tolle Bewertung. Und natürlich ist es nicht nur mein Podcast, sondern auch Thorstens Podcast. Aber da, der hat sich trotzdem genauso gefreut. Jetzt habt ihr nur leider immer solche anonymisierten Namen, sodass ich nicht weiß, wer hinter diesen Namen steht. Wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an info-at-vertriebsansatz.de oder einfach über den Facebook-Messager, den Thorsten oder mich anschreibt. Wir haben ja noch ganz tolle Geschenke für die, die uns bewerten, egal mit wie vielen Sternen. Und die würden wir euch natürlich gerne zukommen lassen. Wir freuen uns über jede Bewertung und wir lesen die auch alle hier vor. Und wenn ihr irgendeine Message in die Welt tragen wollt, packt die doch einfach in die Bewertung. So als kleiner Hack. Weil wir lesen sie ja vor. Und darum sollt heute auch in der Adventszeit gehen. Tu Gutes und spricht darüber. Gerade in der Weihnachtszeit ist das natürlich ein Thema, was einen allerorts trifft. Hier wird so viel gespendet wie in der Adventszeit. Und ich möchte dazu aufrufen, dass ihr euch vielleicht mal überlegt, wie ihr für euren Betrieb das auch machen könnt. Allerdings auf eine, sagen wir mal, Warteart. Die Vor-Ort-Aktionen, Weihnachtsaktionen müssen ja dieses Jahr leider ausfallen. Also zum Glühweinumtrunk oder zum Grillabend einzuladen, wie das in der Vergangenheit viele Kollegen immer wieder gemacht haben, erfolgreich gemacht haben. Ihre Kunden einfach einzuladen mal am Ende des Jahres und Danke zu sagen. Auf dem Weg geht ja leider dieses Jahr nicht. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Und da möchten wir ein bisschen Anregungen liefern, was man so machen kann. Anstatt einfach einen Geldbetrag irgendwo anonym hin zu überweisen im Sinne von Tu Gutes und sprich auch darüber. Man kann es ja durchaus für den eigenen Unternehmenserfolg auch nutzen. Da finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen. Und so wäre zum Beispiel eine Idee, dass man sagt, sammel Geschenke ein aus der Gemeinde oder im Kundenkreis. Sag, wir machen eine Aktion. Ihr könnt fürs Kinderdorf, wollt ihr Geschenke denen überbringen und die Kunden oder Menschen aus der Gemeinde können die bei euch im Büro abliefern bis zu dem Stichtag und ihr übergebt die dann in einer schönen Aktion. Oder im ganz kleinen Kreis, wie wir es jetzt auch Corona-konform hinbekommen, sind die Nikolausstiefel für die Kinder, die sie immer bringen und die dann gefühlt wieder abnehmen, abholen können. Abnehmen tut dadurch keiner. Aber das geht natürlich auch Corona-konform. Dann kommen halt nicht alle auf einmal und der Umtrunk fällt weg. Aber die ganzen Kinder leiden doch jetzt schon so sehr unter der Corona-Krise, dürfen nicht mehr Fußball spielen, dürfen nicht mehr in den Sport, dürfen sich nicht mehr mit Freunden treffen. Ich glaube, dann ist es schön, wenn sie trotzdem noch einen kleinen Nikolausstiefel bekommen. Wie wäre es zum Beispiel auch, wenn ihr eine Weihnachtsnachricht nicht erst an Weihnachten schickt, sondern schon jetzt in der Adventszeit und in der Weihnachts- oder in dieser Nachricht in Interaktion geht mit euren Kunden, indem ihr sagt, wir würden gerne etwas Gutes tun. Kennt ihr denn eine Organisation, die euch am Herzen liegt und die ihr uns vorschlagen möchtet? So machen wir das zum Beispiel dieses Jahr bei der WBV. Wir haben beschlossen, wir werden in Zukunft und dieses Jahr erstmalig immer zehn Prozent unseres Jahresgewinns an Organisationen spenden, an wohltätige Organisationen, an Tierschutzorganisationen, sowohl hier lokal als auch überregional. Und wir binden unsere Kunden in den Prozess mit ein, in dem wir sagen, Mensch, schlagt uns doch einfach vor, was findet ihr, wer findet ihr, hat eine Spende dieses Jahr verdient und wir wählen dann aus den ganzen Vorschlägen aus und lassen den Organisationen entsprechende Beträge zukommen. Warum machen wir das? Wir wollen einerseits ein Zeichen setzen, wie gut es uns doch allen geht. Wir sind so dankbar, dass wir so gut durch diese Corona-Krise dieses Jahr bisher gekommen sind, dass wir trotzdem als Unternehmen wachsen durften, dass wir keine herben finanziellen Einbußen erleiden mussten, wie viele andere Branchen. Dass wir und unsere Lieben, unsere Familien, unsere Mitarbeiter alle gesund sind und mir wird einfach immer wieder bewusst, wie gut es uns eigentlich immer noch geht. Und deshalb möchten wir ein Zeichen setzen und den Menschen eine Freude machen, die eben nicht so viel Glück haben wie wir oder auch den Tieren. Und das ist der Hauptgrund, warum wir uns dazu entschieden haben. Aber ich bin andererseits auch felsenfest davon überzeugt, dass uns das deutlich weniger kosten wird, als es uns jetzt erstmal tatsächlich kostet. Weil Geld ist Energie und wenn, Energie muss fließen. Und die fließt immer in beide Richtungen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir geben, dann wird in irgendeiner Form, ich rechne nicht damit, aber in irgendeiner Form wird das unserer Firma wieder zugutekommen und zurückfließen. Und ich habe das schon von verschiedenen Unternehmern immer wieder gehört und möchte das einfach auch selber erleben. Und ich habe das auch im Privaten schon oft erlebt. Ich habe das mit diesem Podcast erlebt. Wir geben hier Content raus, ohne irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil an euch als Kollegen, wollen die Branche damit vernetzen, wollen euch unterstützen und setzen dafür Zeit und auch Geld ein, um diesen Podcast zu betreiben. Und ja, da kommt ja von den Hörern keine müde Mark zurück, sage ich mal. Das ist ja logisch. Aber auf anderem Wege kommt zwar kein Geld zurück, aber es kommt doch immer wieder Dankbarkeit, es kommen neue Verbindungen, Netzwerk, Connections einfach, durch die sich wieder andere Dinge ergeben. Und dafür bin ich sehr dankbar und auch da funktioniert es. Und deshalb bin ich felsenfest überzeugt, das wird auch auf dem Wege funktionieren. Und deshalb tu Gutes und sprich darüber. Es gibt ja diesen Spruch, geben ist seliger als nehmen. Ich denke, das gilt nicht nur für den, dem gegeben wird, sondern auch dem gebenden. Und sei es nur, dass er sich einfach gut dabei fühlt. Und stell dir einfach vor, wenn du dich reich fühlst, wenn du dich glücklich fühlst, das ist einfach eine ganz andere Grundhaltung. Du kennst ja sicherlich, ja, ich weiß es nicht wortwörtlich, den Ausspruch, aber die Logik, dass du dann die besten Geschäfte machst, wenn du kein Geschäft brauchst. Woran liegt das? Das liegt einfach an dieser Grundhaltung, dass du so entspannt und ausgeglichen bist. Das wirkt attraktiv und schafft Vertrauen auch bei deinen Kunden und dann möchten sie eben auch bei dir Kunde sein. Und genau das glaube ich, dass man das in sich selbst provoziert, dieses Gefühl. Wenn man gibt, dann fühlt man sich eben als reicher Mensch, ob man es ist oder nicht. Und dann wirkt man auch so und dann hat das genau diesen Effekt, dass man dann auch wieder Wohlwollen anzieht. Denn auch Kunden sind ja lieber bei sozialen Menschen Kunde als bei Geizkräften, sage ich mal. Aber es muss ja nicht gleich ein so großes Commitment sein oder die große Aktion, wenn man sagt, ich bin beim Geschäft, du bist in deinem Geschäft so gefangen, du kannst jetzt nicht noch im Jahresendgeschäft noch irgendwas auf die Beine stellen. Dann lade ich dich herzlich ein, unserer Podcast-Aktion an der teilzunehmen und die möchte ich dir mal im Folgenden kurz schildern. Ich bin seit diesem Jahr Stiftungsbeirat der Erika Reinhardt Stiftung, die bis letzte Woche noch Oesophagus-Stiftung hieß und die nun den Namen ihrer Stifterin trägt. Und die Oesophagus-Stiftung, so wie sie auch im Web aktuell noch auftritt, wie der Name schon sagt, kümmert sich eben um Bildung an der Speiseröhre. Wenn ein Kind mit Oesophagus-Adressie auf die Welt kommt, heißt es, dann ist die Speiseröhre eben nicht durchgängig. Der Oesophagus und die Adressie heißt, es ist nicht durchgängig und muss natürlich direkt nach Geburt operiert werden, ansonsten wäre das Kind nicht lebensfähig. Und diese Diagnose kommt oft mit vielen Begleiterscheinungen, mit Herzfehlern, mit Trisomie 21, mit dem dritten Daumen, sechster Finger, einfach verschiedene. Also es ist meistens ein sehr komplexes Krankheitsbild. Es ist eine sehr seltene Krankheit, nur ungefähr jedes zweitausendste Kind ist betroffen und deshalb gibt es eben für diese Kinder auch kaum eine Lobby in Deutschland. Diese lebensnotwendige Operation wird aktuell an 70 Kliniken in Deutschland durchgeführt, bei 200 Geburten im Jahr mit dieser Diagnose. Das heißt, jede Klinik macht das, wenn es hochkommt, ein-, zweimal, was keine optimale Situation ist. Und da versucht eben die Erika-Reinhardt-Stiftung, versucht eben hier Wissen zu transferieren, Kompetenzen in Schwerpunktkliniken zu bündeln und zu stärken und unterstützt auch die Selbsthilfeorganisation für Kinder und Erwachsene mit kranker Speiseröhre, kurz Keks, bei ihrer Arbeit, die wiederum ein Medizinteam zur Verfügung stellen, die mit Informationen für die betroffenen Familien jederzeit da sind und auch sehr viel proaktiv gestalten und wirklich eine große Hilfe für die Familien sind. Also es ist eine ganz tolle Arbeit, die hier gemacht wird und ja, die möchten wir dieses Jahr in der Form unterstützen, dass wir einfach sagen, Mensch, überleg dir mal, du hast vom Makler- und Vermittler-Podcast dieses Jahr rund 40 Folgen hören dürfen, gratis Mehrwert. Und wenn der dir wirklich einen Mehrwert gebracht hat, überleg mal, ja, was hat er dir eigentlich gebracht? Sag mal, wenn im Schnitt jede Folge dir 50 Cent wert gewesen wäre, dann wären das immerhin 20 Euro rund im Jahr. Und wenn du so einen kleinen Betrag an die Erika-Reinhardt-Stiftung spenden würdest, dann würde ich von der WBV nochmal 10 Prozent obendrauf packen. Ich sage mal sicherheitshalber maximal 1.000 Euro, aber lass mich ruhig bluten. Also es wäre echt ein Hammer, wenn wir da einen stolzen Betrag zusammenbekommen würden, zusammen hier als Community. Wenn du spontan sagst, ist eine coole Sache, dann schau einfach mal in die Shownotes. Da findest du die, ja, die Informationen, die du brauchst, die Bankverbindung beziehungsweise den Link auf die Seite, wo du alle Informationen findest von der Oesophago-Stiftung, wo du dann deine Spende hinüberweisen kannst. Und wichtig wäre, damit wir das nachverfolgen können, wie viel dann gespendet wurde, dass du als Betreff-Markt- und Vermittler-Podcast eingibst. Und wir lassen die Aktion laufen bis Weihnachten und dann summieren wir auf und da werden wir auch nochmal darüber berichten und auf den Betrag, der bis dahin zustande gekommen ist. Wie gesagt, lege ich nochmal 10% drauf. Ich meine, wir haben alle einen Weihnachten vor uns in einer Adventszeit, wie wir es bisher nicht kennen. Keine Weihnachtsmärkte, kein Glühwein trinken, aber eben vielleicht auch nicht so viel Hassel. Und das ist ja vielleicht dann das einzig Positive, was diese Corona-Krise mit sich bringt, wenn wir mal ein Weihnachten erleben, was deutlich stressfreier ist, als das sonst leider in dem normalen Konsum-Weihnachten der Fall ist. Wenn du mit Leuten sprichst, heißt ja meistens ja, Mensch, Weihnachten war schon schön, aber von einem Verwandten fest zum nächsten gehasselt und am Ende bin ich jetzt doch froh, wenn die Tage mal vorbei sind und ich mal einfach nur die Beine hochlegen kann. Ja und dieses Jahr könnte er die Beine hochlegen. Und von daher seht es positiv und nicht jammern, sondern machen. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Adventszeit und sag mal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mehr Infos zum Makler und Vermittler Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info-at-vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast. www.vertriebsansatz.de